Das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz gibt an, wie die Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration der Edukte abhängt. Ein bekanntes Beispiel einer Reaktion Nullter Ordnung ist der enzymatische Zerfall von Ethanol, z.B. im Blut. Wenn wir die Konzentration vom Ethanol gegen die Zeit auftragen, stellen wir fest, dass wir eine Gerade erhalten, die Steigung dieser Kurve ist konstant, die Reaktionsgeschwindigkeit ist konstant und unabhängig von der Konzentration des Ethanols. In Formelschreibweise R ist K mal Konzentration des Ethanol hoch Null. Wir haben hier eine Reaktion Nullter Ordnung vor uns. K Null ist die Geschwindigkeitskonstante, die hat die Einheit Mol pro Liter und Sekunde. Wir können eine Reaktion Nullter Ordnung an einem mechanischen Beispiel modellieren. Wir haben hier ein Gefäß, dessen Füllstand der Konzentration des Ausgangsstoffes entspricht. Wir haben hier ein Gefäß, dessen Füllstand der Konzentration des Endproduktes entspricht. Zu Beginn haben wir nur Ausgangsstoff. Die Konzentration an Ausgangsstoff ist hoch. Und jetzt überführen wir gleiche Volumina Flüssigkeit aus dem Gefäß A in das Gefäß P. Die Menge pro Zeit, die wir überführen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist konstant. Das Volumen des Gefäßes ist ein Maß für die Geschwindigkeitskonstante. Der Füllstand im Gefäß A wird kontinuierlich absinken, der im Gefäß P wird kontinuierlich ansteigen. Das ist das, was wir bei einer Reaktion Nullter Ordnung vorlegen haben. Das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz kann man als Differentialgleichung ansehen. R ist ja nichts anderes als die Änderung der Konzentration mit der Zeit. Wenn wir uns auf den Ausgangsstoff A beziehen, ist das minus dA nach dT. Integriert zwischen den interessierenden Grenzen A und A Null erhalten wir dieses Geschwindigkeitsgesetz. Konzentration von A ist gleich Konzentration von A zur Zeit Null minus K Null mal T. Dieses integrierte Geschwindigkeitsgesetz ist sehr nützlich, wenn wir Ausbeuten und Reaktionszeiten berechnen wollen. Eine wichtige Kenngröße ist die Halbwertszeit, die angibt, nach welcher Zeit eine gewisse Konzentration auf die Hälfte abgesunken ist. Diese Zeit ist für eine Reaktion Nullter Ordnung nicht konstant. Wir können sie mit der Formel T 1,5 ist gleich A Null durch 2K A Null berechnen. Wenn wir zum Beispiel eine Ausgangskonstellation von 0,5 Promille haben, brauchen wir 2,5 Stunden, um diese Konzentration zu halbieren. Um die Konzentration von 0,25 weiter zu halbieren, brauchen wir nur noch die Hälfte der Zeit. Es ist charakteristisch für eine Reaktion Nullter Ordnung, dass die Halbwertszeit nicht konstant wird, sondern im Laufe der Reaktion immer kürzer wird. Sehr viele Reaktionen sind erster Ordnung, wie zum Beispiel die Substitution an einen Halogen-Kohlenwasserstoff. Reaktionsgeschwindigkeiten erster Ordnung haben wir auch in der Physik beim Reaktion Zerfall. Kohlstoff 14, welches in der Atmosphäre mit einer konstanten Konzentration vorliegt, weil es immer wieder nachgebildet wird, wird zur Altersbestimmung genutzt. In abgestorbenen Organismen sinkt die Konzentration an C14 mit einer Halbwertszeit von 6.000 Jahren. Nach 12.000 Jahren ist nur noch ein Viertel, nach 18.000 Jahren nur noch ein Achtel der Ausgangsmenge. Eine beliebte Musterreaktion erster Ordnung, die im Labor gerne durchgeführt wird, ist die Rohrzuckerinversion. Aus Rohrzucker wird katalytisch Glucose und Fructose. Auch hier ist die Reaktionsgeschwindigkeit proportional der Konzentration des Rohrzuckers hoch 1. Wir können uns auch eine Reaktion erster Ordnung mechanisch modellieren. Wir haben wieder unsere zwei Gefäße mit den Füllständen, welche die Konzentrationen simulieren sollen. Wir transportieren jetzt wieder Flüssigkeit, aber diesmal nicht mit einem klassischen Gefäß, sondern mit einer Pipette, die einen konstanten Durchmesser hat. Wir tauchen die Pipette in das Gefäß A, verschließen die Pipette und entleeren die Pipette in das Gefäß P. Obwohl wir pro Zeiteinheit die gleiche Anzahl von Transportvorgängen durchführen, überführen wir doch immer weniger Flüssigkeit von A nach Pi. Je geringer der Füllstand von A ist, desto geringer ist auch die überführte Menge. Das ist eine typische Reaktion erster Ordnung. Bei einer Reaktion erster Ordnung können wir das Geschwindigkeitsgesetz ebenfalls integrieren. Wir halten in A gleich A0 mal e hoch minus k1 mal t einen typisch exponentiellen Abfall der Konzentration mit der Zeit. Als Halbfestzeit erhalten wir für eine Reaktion erster Ordnung eine Konstante, nämlich ln2 durch k1. Die Integration des Geschwindigkeitsgesetzes ist für einfache Fälle noch mathematisch durchführbar. Wir separieren die Variablen, integrieren links und rechts mit den sinnvollen Grenzen und erhalten dann das integrierte Geschwindigkeitsgesetz. Einfache Reaktionen haben Geschwindigkeitsgesetze Nullter oder Erster Ordnung. Bei Nullter Ordnung haben wir einen linearen Abfall der Konzentration mit der Zeit. Bei Erster Ordnung haben wir einen exponentiellen Abfall der Konzentration mit der Zeit. Im Fall Nullter Ordnung wird die Halbfestzeit immer kürzer, im Fall Erster Ordnung bleibt die Halbfestzeit konstant. bei Nullter Ordnung ist durchgeführt.